Everlock. Das erste Saugnapfsystem, das hält, was es verspricht. Wer kennt die Situation nicht? Mit konventionellen Saugnäpfen angebrachte Produkte fallen nach wenigen Tagen oder Wochen wieder runter. Ärgerlich, denn runterfallende Gegenstände können Schäden hinterlassen. Denken Sie an Ihre Badewanne oder Ihr Lavabo. Da kann schnell etwas für immer kaputt gehen. Nicht so bei Everlock. Erst haftet ein Silikonring und macht den Saugnapf luftdicht. Mittels Drehbewegung wird das Vakuum erzeugt. Everlock. Der hält und hält und hält. Lassen Sie sich von seiner grossen Tragkraft überzeugen. Sie können gerne den Test machen. Hält er nicht? Gibt's nicht. So können Sie ganz viele Kilos ohne Bedenken einfach an die Wand hängen. Ganz ohne Schrauben, ohne Bohren, ohne Kleben und ohne Nageln. Everlock. Das erste Saugnapfsystem, das hält, was es verspricht. Keine zerbohrtenen Fliesen mehr. Keine zerbohrten Wände oder Türen. Everlock lässt sich auch rückstandsfrei wieder entfernen. Ganz egal nach welcher Zeit. Einfach den Saugnapf lösen, waschen und wieder anbringen. So viele Male, wie Sie wollen. Möchten Sie den Saugnapf auch außen anwenden? Kein Problem für Everlock. Einmal angebracht, verliert Everlock seine Tragkraft nicht. Bei jedem Wind und Wetter. Denken Sie nur daran, wo Sie von heute an unendlich nutzbare Produkte einsetzen können. Egal ob im Bad oder in der Küche. Ja auch im Hobbyraum, in der Werkstatt oder in der Garage. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Schauen Sie hier einige Beispiele. Möchten Sie einen Wandspiegel ohne zu bohren aufhängen? Bis jetzt war das ein großes Risiko. Nicht mehr, seit es Everlock gibt. Everlock. Das erste Saugnapfsystem, das hält, was es verspricht. Oder haben Sie Lust, Ihre Küche zu erweitern und zu verschönern? Profitieren Sie von vielen Anwendungsmöglichkeiten. Wie hier zum Beispiel der Allzweckkorb. Sie haben gedacht, er sei nur in der Küche einsetzbar? Schauen Sie hier. Diesen Korb können Sie überall einsetzen, wo Sie etwas verstauen wollen oder etwas zur Hand haben wollen. Everlock. Das praktische Saugnapfsystem, welches das erste System ist, das hält, was es verspricht. Sie wollen eine zusätzliche Handtuchablage? Mit dem Everlock-System haben Sie innerhalb weniger Sekunden die Handtuchablage dort angebracht, wo Sie sie auch wirklich haben wollen. Von Everlock gibt es noch viele andere clevere Produkte. Seifenhalter, Eckregale für Bad und Dusche, der praktische Föhnhalter, die universelle Reling und, und, und. Übrigens, was luftdicht ist, ist auch wasserdicht. Schauen Sie zum Beispiel diese Universalablage an. Einfach in der Duschkabine angebracht und schon haben Sie die Duschutensilien organisiert. Und das alles ohne zu schrauben, ohne zu bohren, ohne zu kleben und ohne zu nageln. Warum sollen Sie sich die teuren Fliesen zerstören? Warum Löcher in die Wand bohren, welche Sie beim Umzug gegen teures Geld wieder instandstellen lassen müssen? Everlock ist immer wieder verwendbar und wird Ihnen bei jedem Umzug ein ständiger Begleiter sein. Einfach den Saugnapf lösen, waschen und wieder anbringen. So viele Male, wie Sie wollen. Everlock, das Power-Vakuum-System, ist jetzt im guten Fachhandel erhältlich. Vergessen Sie die alten Zeiten, bei denen Sie sich über runterfallende Gegenstände ärgern mussten. Everlock, der hält und hält und hält. Denken Sie daran, bei Everlock haben Sie eine kinderleichte Montage dank selbsthaftendem Silikonring. Den Everlock können Sie immer wieder verwenden. Unbegrenzte Anbringungsmöglichkeiten und Anwendungen. Sie glauben, Saugnäpfe halten nur an glatten Oberflächen? Stimmt, aber das ist Schnee von gestern. Denn Everlock lässt sich auch an unebenen Oberflächen leicht anbringen. Schauen Sie diese unebene Fläche an. Der haftende Silikonring gleicht unebene Stellen aus. Er haftet und mit der Drehbewegung entsteht das Vakuum. Für immer und ewig. Everlock, der Powerhaken für Ihr Zuhause. Der hält und hält und hält.